gab es ein highlight für dich und wenn ja welches war das es gab eine ganz speziell inspirierende rede vom herrn hühnerbein das hat wunderbar gepasst gerade zum thema unternehmerinnen mitarbeiterinnen und gerade wie man mit menschen wie wir miteinander umgehen welche werte wir haben das war ganz großes kino vielen dank und noch einen schönen abend